Je te donne ma parole. Ich gebe dir mein Wort. Je te donne ma parole. Ich gebe dir mein Wort. Le Camion. Der Lastwagen. Le Camion. Der Lastwagen. Le Chemin privé. Der Privatweg. Le Chemin privé. Der Privatweg. Rentre vite à la maison. Rentre vite à la maison. Rentre vite à la maison. Je me suis trompé. Le C É Exactly. Je m'a dit Dieu. Je me suis trompé. Le Chemin privé. Un malheur n'arrive jamais seul. Un unglück kommt selten allein. Le repas va être servi immédiatement. Le repas va être servi immédiatement. Le repas va être servi immédiatement. Une grande gueule. Das plappermaul. Une grande gueule. Das plappermaul. Un succès bœuf. Un bombenerfolg. Un succès bœuf. Un succès bœuf. Un bombenerfolg. Un succès bœuf. 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 Er trägt seinen Reichtum gerne zur Schau. Il aime montrer qu'il est riche. Er trägt seinen Reichtum gerne zur Schau. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Chauffage urbain. Die Fernheizung. Die Fernheizung. J'ai de bonn Dents. Ich habe gesunde Zähne. J'ai de bonn Dents. Ich habe gesunde Zähne. J'ai une mauvaise vue. Ich habe schlechte Augen. J'ai une mauvaise vue. Ich habe schlechte Augen. Bientôt, ich habe mehr Zeit für das. Bald habe ich keine Zeit mehr dafür. Bald habe ich keine Zeit mehr dafür. La Pinette. Der Pinienwald. Die Pinede Der Pinyenwald Diese Farbe ist gut. Diese Farbe steht dir gut. Diese Farbe steht dir gut. Diese Farbe steht dir gut. Ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Hast du welche? Ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Das stimmt mich traurig. Das stimmt mich traurig. Ich bin um eine Erfahrung reicher. Ich bin um eine Erfahrung reicher. Ich war nicht dabei. Sie hat viel mehr darunter gelitten als er. Sie hat viel mehr darunter gelitten als er. Ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Die Funne Arbeit. Le travail de précision Die Funne Arbeit S'en est trop y, ça va trop loin. Das geht zu weit. S'en est trop y, ça va trop loin. Das geht zu weit. Ne t'imagine surtout pas que tu vas y arriver. Mach dir nichts vor, das schaffst du nicht. Ne t'imagine surtout pas que tu vas y arriver. Mach dir nichts vor, das schaffst du nicht. J'ai évité un cycliste de justesse. J'ai évité un cycliste de justesse. Ich bin einem Radfahrer knapp ausgewichen. Est-ce que je peux me joindre à vous? Darf ich mich Ihnen anschließen? Je ne l'ai pas eu gratuitement. Ich habe es nicht umsonst bekommen. Je ne l'ai pas eu gratuitement. Ich habe es nicht umsonst bekommen. Je ne l'ai pas eu gratuitement. Je ne l'ai pas eu gratuitement. Das liegt auf der Hand. Ich te conseille de ne pas attendre trop longtemps. Ich rate dir, nicht zu lange zu warten. Ich rate dir, nicht zu lange zu warten. Qu'est-ce que tu m'en offres? Qu'est-ce que tu m'en offres? Was bietest du mir dafür? Elle est chaleureuse. Sie hat ein warmes Herz? Elle est chaleureuse. Sie hat ein warmes Herz? A partir d'ici, il n'y a plus que 30 km. Von hier aus sind es nur noch 30 km. Von hier aus sind es nur noch 30 km. de l'héter? Sans fin? Endlos? Sans fin Endlos Il y a quinze jours Vor vierzehn Tagen Il y a quinze jours Vor vierzehn Tagen Le facteur Der Briefträger Le facteur Der Briefträger Elle est en bonne main Sie ist in guten Händen Elle est en bonne main Sie ist in guten Händen Je lui ai promis De ne le raconter à personne Je lui ai promis de ne le raconter à personne Je lui ai promis de ne le raconter à personne Je lui ai promis de ne le raconter à personne Je lui ai promis de ne le raconter à personne Du solltest auf deinen Vater hören. Du solltest auf deinen Vater hören. Du solltest auf deinen Vater hören. J'ai souvent des maux de tête. Ich habe oft Kopfschmerzen. J'ai souvent des maux de tête. Ich habe oft Kopfschmerzen. Apparent. Apparent. Scheinbar. Apparent. Scheinbar. Scheinbar. Il y a eu un orage dans la nuit. In der Nacht war ein Gewitter. Il y a un bon baroblick mauvaise vue. Il y a un bon baroblick mauvaise vue. Er sieht gut schlecht. Tiens. 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 Si mal an. Tiens. 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 Si mal an. Tiens. 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 Die Mauer ist unerwartet zusammengebrochen. Du kannst tun, was du willst. Du kannst tun, was du willst. Beaucoup de bonnes idées. Viele gute Ideen. Beaucoup de bonnes idées. Beaucoup de bonnes idées. Beaucoup de bonnes idées. Wenn du das meinst. Elle a dit qu'elle était une telle. Sie sagte, sie sei die und die. Elle a dit qu'elle était une telle. Sie sagte, sie sei die und die. Tôt ou tard? Früher oder später? Tôt ou tard? Früher oder später? Früher oder später? Le bruit de la rue? Der Straßenlärm Le Brüht de la Rue Der Straßenlärm J'ai quelque chose d'important à régler? Ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. J'ai quelque chose d'important à régler? J'ai quelque chose d'important à régler? J'ai quelque chose d'important à régler? C'est une pure question de chance? Das ist reine Glückssache. C'est une pure question de chance. Das ist reine Glückssache. Est-ce que tu as rentré la voiture au garage? Hast-tu das Auto in die Garage gefahren? Est-ce que tu as rentré la voiture au garage? Est-ce que tu as rentré la voiture au garage? Hast-tu das Auto in die Garage gefahren? C'est le chemin le plus court pour aller à la plage? Das ist der kürzeste Weg zum Strand. C'est le chemin le plus court pour aller à la plage. Das ist der kürzeste Weg zum Strand. Ich hoffe, morgen Abend ausgehen zu dürfen. 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 Seine Frechheit macht mich wütend. Er verdankt ihr das Leben. Er verdankt ihr das Leben. Er ist in perfekte Gesundheit. Er ist kerngesund. Er ist in perfekte Gesundheit. Er ist kerngesund. La Petite Ville Die Kleinstadt Die Kleinstadt Ich kann mir davon keine Vorstellung machen. Ich kann mir davon keine Vorstellung machen. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen. Es handelt sich nicht um ihn, sondern um dich. Es handelt sich nicht um ihn, sondern um dich. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wir haben in der Jugendherberge übernachtet. Wir haben in der Jugendherberge übernachtet. Was ist denn? Wir haben in der Jugendherberge übernachtet. Wir haben in der Jugendherberge übernachtet. Wir haben in der Jugendherberge übernachtet. Hat jemand nach mir gefragt? J'ai déjà perdu 2 Kilo. Ich habe schon 4 Pfund abgenommen. J'ai déjà perdu 2 Kilo. Ich habe schon 4 Pfund abgenommen. Ça reste pour moi une enigme. Es bleibt mir ein Rätsel. Ça reste pour moi une enigme. Es bleibt mir ein Rätsel. Les inventaires sont de moins en moins. Die Vorräte werden immer weniger. Il a oublié son parapluie dans le train. Il a oublié son parapluie dans le train. Er hat seinen Regenschirm im Zug vergessen. Je peux vraiment me passer de tes conseils. Je peux vraiment me passer de tes conseils. Je peux vraiment me passer de tes conseils. Dans la nuit du 8 au 9 novembre. Dans la nuit du 8 au 9 novembre. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Il est apprécié des jeunes. Il est apprécié des jeunes. Il est mon pire ennemi. 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 Je ne comprends pas ce qu'il a dit. Je ne comprends pas ce qu'il a dit. Tout va de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite. C'est dur à supporter. C'est dur à supporter. C'est dur à supporter. C'est dur à supporter. Eher Handicapé Physique et Mental Körperlich und geistig behindert sein Eher Handicapé Physique et Mental Körperlich und geistig behindert sein Pour la première baroblick, troisième baroblick, dernière fois Zum ersten dritten letzten Zum ersten dritten letzten Il va beaucoup mieux Es geht ihm viel besser Il va beaucoup mieux Es geht ihm viel besser Je n'en croyais pas mes propres yeux Ich konnte meinen eigenen Augen nicht trauen Je n'en croyais pas mes propres yeux Ich konnte meinen eigenen Augen nicht trauen Ne le prends pas pour argent comptant Ne le prends pas pour argent comptant Nimm dir an ihm ein Beispiel Er hat mir jede Hoffnung genommen Du hast alles falsch gemacht Du hast alles falsch gemacht Je baise la radio pour ne pas te déranger Je baise la radio pour ne pas te déranger Um dich nicht zu stören Je habais à peine terminé qu'un orage éclatait J'avais à peine terminé qu'un orage éclater J'avais à peine terminé, qu'un orage éclata. Ich war kaum fertig, als ein Gewitter ausbrach. On s'appelle Wir hören voneinander. On s'appelle Wir hören voneinander. Cela m'a coûté beaucoup d'argent. Es hat mich viel Geld gekostet. Cela m'a coûté beaucoup d'argent. Es hat mich viel Geld gekostet. Un orage se prépare? Un orage se prépare? Un orage se prépare? Un orage se prépare? On ne peut pas leugner? Es lässt sich nicht leugnen. On ne peut pas leugner? Es lässt sich nicht leugnen. Lea est tout aussi capricieuse que sa sœur. 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 Une caisse de poire? Une caisse de poire? Une caisse de poire? Une caisse de poire? Lea est tout aussi capricieuse que sa sœur. Une caisse de poire? Une caisse de poire? Une caisse de poire? Je veux dire, d'où il prend l'argent? Je veux dire, d'où il prend l'argent? Er ist es nicht gewohnt, dass man ihm widerspricht. Er ist es nicht gewohnt, dass man ihm widerspricht. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Fais le toi même. Mach es selber. Er hat acht Stunden am Steuer gesessen. Er hat acht Stunden am Steuer gesessen. Er hat acht Stunden am Steuer gesessen. Er hat acht Stunden amやken. Das hat er von sich ausgetan. Das ist nicht die Chance, dass du es für das. Du brauchst dir deswegen keine Sorgen zu machen. Es ist nicht die Chance, dass du es für das. Du brauchst dir deswegen keine Sorgen zu machen. Ja, kann appuyer sur un bouton. Man braucht nur auf einen Knopf zu drücken. Ja, kann appuyer sur un bouton. Man braucht nur auf einen Knopf zu drücken. Es ist nicht die Chance, dass du Angst hast. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist nicht die Chance, dass du Angst hast. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich möchte wissen, wie lange es noch dauert. Ich möchte wissen, wie lange es noch dauert. Ich möchte wissen, wie lange es noch dauert. Wie lange es noch dauert. Le travail ist noch lange nicht zu Ende. Die Arbeit ist noch lange nicht zu Ende. Die Schwalben fliegen tief. Die Schwalben fliegen tief. Die Schwalben fliegen tief. thingschef honnend, wie lange es macht. Die Schwalben fliegen tief. Die Schwalbe und das HandyThe僚 sind nicht der Gears. In der Ende ging alles bedrohend. Am Ende ging alles bestens. Ich sage es, damit du es weißt. Ich sage es, damit du es weißt. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. J'en suis débarrassé. J'en suis débarrassé. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. Er will immer recht haben. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. Im Februar sind die Tage am kältesten. Je me suis prononcé pour une interdiction de fumer. Ich habe mich für ein Rauchverbot ausgesprochen. Ich habe mich für ein Rauchverbot ausgesprochen. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. Wir geben ein großes Fest. Ich will mich dieser Angelegenheit annehmen. C'est à peine croyable. Es ist kaum zu glauben. C'est à peine croyable. Es ist kaum zu glauben. Bonjour. Guten Tag. Guten Tag. Tu es un bon garçon. Du bist ein guter Junge. Tu es un bon garçon. Du bist ein guter Junge. De tell menace peuvent vous faire peur? Solche Drohungen können einem Angst machen. De tell menace peuvent vous faire peur? Du bist ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Solche Drohungen können einem Angst machen. Du bist ein guter Junge. Du kannst nicht immer wieder von vorne anfangen. Du kannst nicht immer wieder von vorne anfangen. Du bist ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Du kannst nicht immer wieder älter newlywet ınız'RE wein Martin. Alles Gute. Das geht nicht so schnell, das braucht viel Zeit. So schnell geht es nicht. Das braucht viel Zeit. So schnell geht es nicht. Das braucht viel Zeit. Ne me comprenez pas mal. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ne me comprenez pas mal. Verstehen Sie mich nicht falsch? Creme Chantilly Die Schlagsane la Creme Chantilly Die Schlagsane la Nous sommes encore au coeur de l'hiver Es ist noch tiefer Winter Nous sommes encore au coeur de l'hiver Es ist noch tiefer Winter Il a de mauvaises dents Er hat schlechte Zähne Il a de mauvaises dents Er hat schlechte Zähne Une amère déception Eine bittere Enttäuschung Eine bittere Enttäuschung Ein demi-quintal de Blé Ein zentner Weizen Ein zentner Weizen Par coeur In- und auswendig Par coeur In- und auswendig Tu ne peux pas marcher plus vite Tu ne peux pas marcher plus vite Kannst du nicht schneller gehen? C'est de sa faute Er trägt die Schuld C'est de sa faute Er trägt die Schuld Je trouve que c'est beaucoup trop loin Das ist mir viel zu weit Il se dépêche pour ne pas rater le train Er beeilt sich Um den Zug nicht zu verpassen Er beeilt sich Il se dépêche pour ne pas rater le train Er beeilt sich Um den Zug nicht zu verpassen Der Tag der offenen Tür war ein Erfolg Der Tag der offenen Tür war ein Erfolg Je crois qu'elle est plus heureuse Ich glaube Sie ist jetzt glücklicher Quelqu'un soit la raison Aus welchem Grund auch immer Il faut que tu fasses encore plus de progrès Du musst noch mehr Fortschritte machen On se sait jamais Man weiß nie Man weiß nie On se sait jamais Man weiß nie Ça ne peut pas aller plus vite Schneller geht es nicht Un orage se prépare Es kommt ein Gewitter Un orage se prépare Es kommt ein Gewitter Le lave-linge Le lave-linge Divache-machine Le lave-linge Die waschmaschine Has tu remarqué quelque chose? Ist dir etwas aufgefallen? J'ai profité de toutes les occasions Ich habe jede Gelegenheit genutzt J'ai profité de toutes les occasions Ich habe jede Gelegenheit genutzt Et que ce n'est pas déjà trop tard Ob es nicht schon zu spät ist Ob es nicht schon zu spät ist Er hat Glück im Unglück gehabt Er hat Glück im Unglück gehabt Je mehr du fragst Umso weniger gebe ich nach Je mehr du fragst Umso weniger gebe ich nach Er hat sich schon zu spät ist Sie mich nicht so an Sie mich nicht so an Sie mich nicht so an Die Donk baroblik Die Donk Sag mal Sagen Sie mal Sa femme vient de Berlin Seine Frau kommt Aus Berlin Son Embarra m'a frappé immédiat Son Embarra m'a frappé immédiat Seine Verlegenheit ist mir sofort aufgefallen L'Acier inoxidable Der Edelstahl Je me contente de ce que j'ai Ich begnüge mich mit dem, was ich habe Ich begnüge mich mit dem, was ich habe Hast du jemals so etwas gehört ? 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 Hast du jemals so 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 gehört ? Der Erfolg des Festes ist vom Wetter abhängig. 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 Wie wäre es mit einem Kinobesuch? Il faut que tu te sortes cette idée de la tête. Das musst du dir aus dem Kopf schlagen. Tu peux le croire sur parole? Tu peux le croire sur parole? Tu peux le croire sur le mot ? Prenez place s'il vous plaît. Nehmen Sie bitte Platz. Prenez place s'il vous plaît. Nehmen Sie bitte Platz. Comme chômeur, il doit vivre de l'aide sociale. Comme chômeur, il doit vivre de l'aide sociale. Je n'ai pas le cœur à regarder passivement. Je n'ai pas le cœur à regarder passivement. Je n'ai pas le cœur à regarder passivement. Par ce temps-là, je préfère rester à la maison. Par ce temps-là, je préfère rester à la maison. Par ce temps-là, je préfère rester à la maison. Par ce temps-là, je préfère rester à la maison. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Qui pourrait avoir envie d'être à sa place ? Wer möchte schon an seiner Stelle sein ? Je voudrais savoir de qui c'est la faute ? Je voudrais savoir de qui c'est la faute. Je voudrais savoir de qui c'est la faute. ... ... ... Fini ton Lait ? Trinkt deine Milch aus. Fini ton Lait ? ... ... ... Trink deine Milch aus. Es hat nicht viele Leute gegeben, die protestiert haben. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont protesté. Es hat nicht viele Leute gegeben, die protestiert haben. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Ich habe viel Geld ausgegeben. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Il m'a posé des conditions inacceptables. Er hat mir unmögliche Bedingungen gestellt. Il m'a posé des conditions inacceptables. Er hat mir unmögliche Bedingungen gestellt. Es ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. C'est le pire que j'ai jamais vécu. Es ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Elle regardait par la fenêtre. Sie sah aus dem Fenster. Je suppose... Il m'a posé des conditions in Er wollte schon immer Tierarzt werden. Er wollte schon immer Tierarzt werden. J'ai fait un lapsus. Ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen. Er schaut immer wieder auf seine Uhr. Ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen. Er schaut immer wieder auf seine Uhr. Ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen. Er ist das Fleisch. Die Gemüse-Suppe. La soupe de légumes Die Gemüse-Suppe Die Gemüse-Suppe Die Gemüse-Suppe Die Gemüse-Suppe Er hat den Rampf nicht aufgegeben. Die Gemüse-Suppe Die Gemüse-Suppe Er hat den Rampf nicht aufgegeben. Arrête immédiatement avec ça. Hör damit sofort auf. Il est mort des suites d'un accident de voiture. Er ist an den Folgen eines Autounfalls gestorben. Er ist an den Folgen eines Autounfalls gestorben. J'ai appris à mieux le connaître. J'ai appris à mieux le connaître. J'ai appris à mieux. Les légumes frais Das frisch Gemüse Les Legüme frei Das frisch Gemüse Das funktioniert in den meisten Fällen. Das funktioniert in den meisten Fällen. Das funktioniert in den meisten Fällen. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. On ne met pas assez garde contre ce danger. On ne met pas assez garde contre ce danger. Je préfère ne rien dire. Er will sich einen Bart stehen lassen. 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 Er ist auf seinem Recht. Er wohnt nicht weit vom Bahnhof. Er wohnt nicht weit vom Bahnhof. Er will sich einen Bart stehen lassen. Er will sich einen Bart stehen lassen. Er will sich einen Bart stehen lassen. Er ist auf dem Bahnhof. 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 Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er kann sich fragen, warum er lebt. Man kann sich fragen, wovon er lebt. An wen hast du gedacht? An wen hast du gedacht? J'ai mis de la bière au frais. Ich habe bier kalt gestellt. J'ai mis de la bière au frais. 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 J'ai mis de la bière. J'ai mis de la bière au frais. 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 Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Du musst zuvor deinen Vater um die Erlaubnis fragen. Du musst zuvor deinen Vater um die Erlaubnis fragen. De tels arguments ne vont pas le convaincre. Solche Argumente werden ihn nicht überzeugen. De tels arguments ne vont pas le convaincre. Solche Argumente werden ihn nicht überzeugen. Je m'avoue vaincu. Je m'avoue vaincu. Ich gebe mich geschlagen. Je m'avoue vaincu. Ich gebe mich nicht über die Erlaubnis fragen. Ich gebe mich nicht über die Erlaubnis fragen. Ich gebe mich nicht über die Erlaubnis fragen.